Oh und damit willkommen zurück zu Firestorm. Ja, guck mal mit. Ja, ich weiß. Alles gut. Ja. So, ist auch weg. Jetzt jagen wir noch die restlichen Leute. Und wir gehen mal weiter. Ab zum Turm. Zum Glück stehen ja zwei. Commander, die Schäden haben gekommen, um mit den Gefahren zu helfen. Neue Konstruktionen. Das ist ein Wert. Geil. Aber wir können hier was upgraden. Ja, Pure Flying Flame brauchen wir jetzt nicht. Wo kommt es mal mit, Kollege? Da stehen auch zwei Türme. Sehr schön. Aber mit dem Reckoner kommt es ja so nicht rein. Fokus. Steady. Moving Captured. Kommt hier mal mit. Auf eins. Erstmal Strom abschalten hier. Gut, die können wir auch bauen. Das ist perfekt. Sofort ein Fünfer Squad. Upgrade complete. Na, da war aber was. Steady at your command. So, wir warten, dass die alle runter sind. Weil manchmal fliegen die auf dem Boden aus wieder. Bloß. Mit euch. Und noch ein paar mehr dazu. Soldiers. They won't keep Shadow Team at your command. On the move. Enemy units sighted. Where they are. Kommt mal mit. Under attack. Shadow, that you're coming. Halt. Wir müssen die Stelle an den Türmen erst mal freimachen. Moving. Hurry. We need militant rocket squads to take care of these air attacks. Bells. Rein in die Gebäude. We need militant rocket squads to our base. Moving. Let's go. Over there. We need militant rocket. Hurry. We need militant rocket. Quick. Moving. In run. Don't let them in close. We need to repair it. She's found our base. Go in. They're dropping infantry right on our base. Yeah, alles good. Hang mal locker. Upgrade to complete. Two minutes unloaded. Okay, man schrott. Watch your backs. You're under attack. Launch it! Oh, ich muss jetzt hier frei sein, weil ich bin... Ah. Okay, komm, wollen wir einen Racken an. Das war ja von euch, haben wir das Mondstil auch schon mal erreicht. Einfach mal auf 2. Einmal der hoch. Der muss doch schießen, Leute. Also von alleine macht sich das hier nicht weg. Ach, wie geil, dass sie reagieren, ne? Ich kann nur einen mitnehmen, nein. Das mag ich natürlich überhaupt nicht. Schauen wir mal, was wir noch... Bereit zu gehen. Wir müssen zur Arbeit kommen. Racken, wir haben alle mitzunehmen. Lass mal einen Racken an Ruhe. Wir machen mal sowas mit einer kleinen Geste zur Verteidigung. Gucken wir mal, ob wir mit denen jetzt hier reinkommen. Wir müssen jetzt hier reinkommen. Kommander, wir können nicht mehr, dass unsere Basis verlieren. Wenn Sie einfach nur die GDI-Kontroll-Tower verlassen können, dann werden sie ihre Orkisten transportiert. So. Wir haben hier. Willkommen bei der Transmission, Mike. Los, gleich mit dir. So, jetzt haben wir das, was haben wir. Sehen wir mal zum Schluss. Gucken wir mal, wie wir mit denen vorankommen. Einmal in die Ecke. Und mal da lang. So viele, wie es geht. Ist da jetzt ein großer Verlust. Aber, das geht ja. Na, wo geht denn alle lang? Und abhauen. Ja, 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 ja. Bleibt mal locker. Gehen wir hier lang. Hallo. Na, ich gehe ein. Tschüss. Ah, hier wird's war eklig. Wieso greifen die nicht an, wenn ich nicht mehr das Befehl hast? Das ist einfach nur lächerlich, teilweise. Gucken wir mal mit hier hin. So, der kommt auch schon mal hier vorne mit hin. Racketer. Under attack. Focus. We move. Mh, mh. It is our path. This is the way. Gucken, ob sie das überleben. Fangen wir mal ein paar nach. Meine Güte. Ich muss nie mal reagieren, da ist ja Weihnachten wieder. Wir sind es ein erwischt. So, mitkommen. Zack, zack, kommen wir hier rein. Das ist ein abgelenkter Turm. Der Rest geht mal mal drauf. Okay, doch nicht. Ja, ich gehe die Türme auch ein bisschen anders. Na, die Orca wieder. Jetzt kotzen mich die Orcas immer hier an. Okay, das ist ein abgelenkter Turm. Mission accomplished Shadow Team at your command Ja, wir wären schon lange durch gewesen Hätten die Ach, hier heißen wir mal genau Die Shadow Teams auch mal reagiert Drückst du 10.000 mal auf die Taste drauf Dass sie das C4 platzieren sollen Meinst du die reagieren? Nö Naja, auch nicht schlimm Gut, dann würde ich mal sagen Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal Und bis dann